So, Hallöchen und Willkommen zurück zu Let's Play Wizarding Evil 4. So, wir haben uns jetzt zwei ja wunderbar ausgerüstet, ne? Boah, die Uhrzeit ja auch. Und, dann machen wir uns heute los. Gucken wir mal aufs Kärtchen, wo wir genau hin müssen. So, müssen wir rauszoomen. Da sind wir. Wir müssen bis dahin. Also, ist ein kleines Eckchen. So, ja. Dann machen wir uns jetzt mal auch los. So, das war jetzt. Ja, noch lange war. Wunderbar. Dann kommen wir auch mit dir. So. Und ich habe auch mal so gegoogelt, wie lange eigentlich die Spielzeit bei dem Spiel hier unbedingt beträgt. Ich weiß es gar nicht genau. Also, es ist angegeben mit 15 bis 20 Stunden. Also, es ist natürlich schon... ... einiges, ne? Vor allem, da wir ja auch... ...mal gerade... ...dann kann man hier nicht irgendwie abknallen? Was gibt das denn? Äh, vor allem, da wir ja mal gerade knapp drei Stunden gespielt haben. Was ist das denn? Hä? Was? Echt? Das ist ja fett. Sind wir irgendwo welche? Ja, cool. Sind natürlich alle weggelaufen, ne? Äh... Ich geh mal lieber weg. Ähm, kommen die wieder? Ne, ne, schade. Na ja, gut. Aber ich hätte das dann gedacht. So viel gleich. Na ja, gehen wir mal weiter. Ähm, was haben wir hier irgendwo so drinnen? Ach, hier waren wir jetzt schon drinnen, ne? Ich hab mich ja nur wieder zurückgegangen. Ach so, das ist nur ein Tor. So. Ach, hier schon wären wir im Steinchen, ne? Alleen... Rennen, 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 los, 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 los! ordum, alles, gib alles, đánh kýp alles ihr. Los, auf, auf, auf,, auf, 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 lauf, auf, lauf, auf, auf, lauf,... ap! Ah! Glück gehabt. Hm... Um fürs den Weg verspät. Ne, zurückholen mich. Bist den Weg verspät? Ne, zurückholen mich. Ähm... Was ist denn stein überhaupt hin? Oh! Ehm... Das wird mal ganz kurz... Da könnten auch für den mal das hier benutzen oh komm her runter was jawohl aber dann nehmen wir jetzt lieber doch dir die finde ich ja doch etwas angenehmer so wir haben was drauf Kirche, See da ist auch noch einer da auch so, kriegen wir den von hier? BAM 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 da geht er jetzt hinüber ich muss nur aufpassen, jetzt auf einmal meine von hinten kommt, hat von hinten gesagt oh, springfalle noch eine springfalle bitte mal die lösen wir erst mal auf hier äh, ausmeldig miss oh, da kommen wir zum her von hinten kommt aber nichts wunderbar, wunderbar ja, komm mal her hey, hey du dämlicher komm mal her wirst du Spacken jawoll da gibt es nichts was haben wir hier Stromgewehr-Munition bevor wir jetzt hier weitergehen rüsten wir jetzt mal die aus und laden die erst mal nach zumindest die letzten zwei Kugeln die wir haben und jetzt wieder die das zumindest vorbereitet ist ist irgendwas? ist irgendwas? oh, oh, oh was ist das denn? wo seid ihr denn? hab ich noch gehört was ist das denn? oh, oh kacke warte hier hallo oh, da kommt er noch oh, oh, oh komm, oh, oh die Spacken, los ich warte, ich wa-bam-bam noch einer Was ist denn hier von Mützion? Wunderbar. Was ist das denn da? Ich wusste es doch. Los, komm her. Nehmen wir, nehmen wir, nehmen wir gleich. So. So. Was kommt denn hier? Was kommt denn hier? Das war es denn mit Mützion? Ach, kacke. Was ist denn hier noch? Los, komm jetzt. Oh, Mann. Kacke, 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 kacke. Komm her, los. Was ist das denn da unten überhaupt? Runter, ja. Geh mal runter, los. Hier, Mann. Ach, Mist. Das wird doch so nichts mehr, sehe ich da jetzt schon. Auch nichts. Auch leer. Das war's. Tot oder war nicht? Das, 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 das. Oh, Mann. Ne, ja. Da ist noch was. Ne, ja, ja. Ich sag dir mal schnell, ach, los. Oh, 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 das sieht ganz schön knapp aus. Ich muss mal verwenden. Äh, hier, ausrüsten. Okay, komm jetzt jetzt hier oben hoch. Wegen Sprengfalle und so, ne. Hm. Oh, 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 oh. Alter. Vater. Oh, ich wusste es. So. Gleich verreden, ja. Gewehrmunition. Ach, noch eine Schlange. Schau mal hier. TMP-Munition, sehr schön. Ähm. Ausrüsten. Ja, die ladere ich auch gleich mal nach. Und dann noch die jetzt hier wieder. So. Okay, da komm ich nicht rüber, dass ich muss unten lang. Aber da ist irgendeiner. Okay. Krieg ich das von hier? Krieg ich's? Okay. Ich bin ja immer ein bisschen vorsichtiger jetzt, vor allem jemanden, die jetzt blöde Schlange ist. Komm her. Ja, komm her, du hast, ich krieg euch. Ach, lau, ich bin ja immer scheiße voll. Spacken. Jüber. So. Ich hasse Schlange. Ich hasse Schlange. Ey. Ja. So viel munition, nur wegen dieser... ...öllen Schlange. Schnell runterkommen. wo seid ihr denn? lauf, 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 lauf lauf, 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 lauf ich bin aber auch so ein richtiger kleiner Schützer bei dem Spiel, das muss man euch auch sagen, ne? so, horrorschmiss, so riesig, so, ah so, was fallen das ein wenigstens für mich? ist das hier? Zoll-Mission ja, ich wusste es doch, ich wusste es doch, dass das Mist viel da drüge ist los, raus hier, los, raus hier dämmliche Schlange, wo bist du? ne, ich geh ja nicht rein, ich geh ja nicht rein, definitiv nicht ist hier noch irgendwas, was ich vergessen habe vielleicht ne, von da komme ich, ja gut, liegt ja nichts rum doch so ne, ja jetzt haben wir hier, Brandkarlate nehmen wir auch, wunderbar so so und weiter geht's, weiter geht's achten wir bis zum Metall hier mhm, so so so, was sind wir jetzt hier? Türchen, Türchen, Türchen ja, wir öffnen jetzt mal, gucken was jetzt kommt was soll denn jetzt hier? Das wollte ich nicht achso, das ist eine Schreibmaschine, warte mal, ich weiß mal hier ja, ich muss jetzt mal hier oben lang gehen, gucken was ich muss jetzt mal hier oben lang gehen, gucken was ach, das ist der zweite Bulle, ne ja oh ja 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 Okay, jetzt soll ich mal was ausprobieren. Ist für nichts, ne? Gucken wir mal, wenn ich ins Wasser schieße, kommt das dann vielleicht eventuell? Reagiert nicht immer so, ne? Ich dachte, das reagiert vielleicht, dass man es ein bisschen genauer sieht.